Die Nacktrabellen. Jede Menge, was immer die treiben, kann nichts Gutes sein. Ganz ruhig. Die Nacktrabellen. Aber der Krieg ist längst nicht vorbei. Andererseits diesmal niemand zu sein. Jetzt auch. Machen wir mit unserer Arbeit weiter. ich bin drin wenn ich den anführer finde erfahre ich vielleicht was die kerle vorhaben wir werden geschossen hier sind keine hinweise auf irgendetwas schaut euch um ruft wenn ihr irgendwas seht keine spur von irgendetwas tut mir leid der befehl lautet alles abzusuchen also suchen wir und irgendwas ich glaube hier ist alles okay ja 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 Wie sieht's aus? Hey, siehst du... Oh... sie scheint diese waffen und rüstungen transportbereit zu machen bestimmt für rebellen im ganzen westen es dürfte ihre operation stören wenn ich sie vernichte sie haben einen ganzen bereich des lagers verstärkt was verstecken sie dort sie da drüben. Such, aber nicht allein angreifen. Wo? Für mich sieht alles gut aus. Alles absuchen. Wir sollten keinen Gefenstern hinterherjagen. Wer ist das denn? Da ist keiner. Rechen wir ab. Hör auf mit diesem Blödsinn, ja? Sie suchen nach mir. Tut mir leid. Falscher Alarm. Die Rebellion wird siegen. Daran besteht kein Zweifel. Die Rebellion wird siegen. Lass die Rebellion wird siegen. Die Rebellion wird siegen. Wiem! Da soll es sein. Deswegen wischen Sie es jetzt. Geh! Warum bewachen wir diesen Autobahn? Ich wünschte meine Brüder aus dem... Da! Hat das jemand gesehen? Die leih ich mir aus! Ich sag's dir da einfach stunden abgelöst hat... Was ist das? Das war's. Willst du's mit dir aufnehmen? Vielleicht bekomme ich die Brücke nach unten. Oh, ich bin drin. Mal sehen, was diese Rebellen im Schilde führen. Das hat Eindruck hinterlassen. Da sollte ich mal reinschauen. Könnte eine Kommandozentrale sein? Das war's. Nein, abschauen! Ich wusste es. Das war's. 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 Mit den T-Nact-Rebellen zusammen. Die Kommando-Zentrale. Sie scheinen eine Art Schmiede zu haben. An die Ingenieure und Agenten der Söhne des Prometheus. Mir ist Murren zu Ohren gekommen. Gejammere über die T-Nact. Die Arbeit. Die Bedingungen. Verlorene Gliedmaßen, wenn jemand unachtsam mit einer Maschine war. Das verstehe ich. Es war ein langer Weg. Wir haben gelitten. Wir werden weiter leiden. Doch wir sind nah dran. Diese Allianz wird uns zum Ziel führen. Versprochen. Die Kajar werden für die roten Raubzüge büßen. Mit Blut. Ebenso wie all ihre Kollaborateure in der Garde und im Anrecht. Also seid still. Geht an die Arbeit. Und denkt immer daran. Die Abrechnung wird kommen. Offenbar sind die Söhne des Prometheus auf Blut aus. Und die Kajar sind ihr Ziel. So wie die Garde. Mal sehen, was diese Kerle sonst noch vorhatten. Eine Karte mit Versorgungslinien zu diversen Außenposten. Die Rebellen haben fleißig Waffen und Rüstungen geschmiedet. Ich hatte also recht. Hier wird alles geschmiedet und dann zu den Rebellentruppen geschickt. Ich sollte so viele Waffen wie möglich zerstören. Das dürfte ihre Operationen empfindlich stören. Wir nutzen keine mehr. Geschafft. Das hat geklappt. Was? Zum... Ich könnte Hilfe brauchen! Geschafft! Das müssten alle gewesen sein. Bist du hier und diese Verräter zu töten? Folge mir einfach. Einfach genug. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017